Drei gute Gründe für das Studium der Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation. Nun, wenn man sich entschließt, Kommunikation zu studieren, dann ist das ja erstmal eine sehr erklärungsbedürftige Materie. Und das ist eigentlich auch eigenartig, weil andererseits wir ja tagtäglich kommunizieren. Eigentlich müsste ja jeder wissen, was mit unter Kommunikation zu verstehen ist. Es gibt eine schöne Geschichte von dem Literaten David Foster Wallace über zwei junge Fische, die eines Morgens einem älteren Fisch begegnet. Und er ruft ihnen zu, moin Jungs, wie ist das Wasser? Und die beiden jüngeren Fische schwimmen einfach weiter und nach einiger Zeit dreht sich der eine zu dem anderen um und fragt, sag mal, was ist eigentlich Wasser? Also diese Geschichte drückt aus, dass so etwas naheliegendes Basales häufig gar nicht der Rede wert ist. Es ist aber gerade, wenn wir uns mit dem Gegenstand der Kommunikation beschäftigen, extrem wichtig, diese basale, eigentlich nebensächlich grundlegende Angelegenheit zu erforschen. Und das tun wir im Studiengang der Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation. Der zweite Grund, der hängt ein bisschen damit zusammen. Der Mensch ist eigentlich kein Wesen, was im Gegensatz zu anderen Lebewesen ein Spezialist ist, sondern der Mensch ist eher Generalist. Und die meisten Studiengänge sind ja sehr, sehr stark ausdifferenziert mit speziellen Bezeichnungen, mit speziellen Tätigkeiten. Wenn der Mensch zum Spezialistentum gedacht wäre, dann wäre er wahrscheinlich mit einem Auge und einem angeschlossenen Mikroskop auf die Welt gekommen. Das ist er nicht, aber er ist extrem anpassungsfähig und variabel. Und diese Anpassungsfähigkeit und Variabilität, die steht auch bei uns im Studiengang ganz vorne. Das ist eine ganz wichtige Anforderung, die natürlich auch für das spätere berufliche Leben sehr hilfreich ist und eine Grundlage darstellt. Auch nicht nur eine berufliche Grundlage, sondern wenn man Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation studiert, kann man natürlich auch zum Beispiel den akademischen Weg, die akademische Laufbahn, Promotion und Hochschullehrer-Ähnliches einschlagen. Eines der wichtigsten Motive der Menschen, und da komme ich zum dritten Grund, um Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation zu studieren, eines der wichtigsten Motive des Menschen ist das Verstehen und das Verstandenwerden. Gleichzeitig wird die Welt immer komplexer, immer unverständlicher. Und insofern ist das Studium der Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation eine Grundlage, um diese Unverständlichkeit verständlicher zu machen. Eine Art Übersetzungsleistung. Und diese Übersetzungsleistung entsteht dadurch, dass Studierende der Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation einerseits ethnografisches, alltagsetnografisches Verständnis mitbekommen, um die Grundlagen von Kommunikation überhaupt zu schaffen, aber darüber hinaus strategisch und schöpferisch dann auch in der Lage sind, diese Übersetzungsfähigkeit zu erzielen. Und das sind eigentlich die ganz wesentlichen Fähigkeiten im Studium, auch Gründe es zu studieren, nämlich einerseits analytische, strategische, aber auch schöpferische Fähigkeiten, die natürlich an einer Kunstuniversität, der Universität der Künste, auch entsprechend gefördert werden. Fälschliche Annahmen über das Studium der Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation. Nun, die erste fälschliche Annahme ist die, dass man sich in einem Bachelorstudium, was drei Jahre dauert, spezialisieren könnte. Das ist nicht möglich. Die eigentliche Spezialisierung findet heutzutage im Job oder in den weiteren Qualifikationsstufen statt, das heißt über den Master oder auch dann über akademische Laufbahn, aber natürlich auch in Agenturen beispielsweise, in Unternehmen, dort wird Spezialisierung geleistet. Im Studium ist das weniger möglich. Die zweite fälschliche Annahme ist, dass das Studium der Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation ein Werbestudiengang ist. Das ist es nicht. Es hatte mal einen starken Schwerpunkt im Bereich der Werbung, aber genauso wie sich die Bedingungen und die Kommunikationswirtschaft ändern, so hat sich auch das Themenspektrum des Studiums geändert. Wir haben heute ganz unterschiedliche Anforderungen der Kommunikation und wir werden diesen unterschiedlichen Anforderungen gerecht, beispielsweise auch ganz praktisch im Studium, dass seine Studentengruppe in einem halben Jahr ein sogenanntes Kommunikationsprojekt absolvieren muss. Das können ganz unterschiedlichste Aufgaben sein. Das können auch die Entwicklung von Geschäftsmodellen sein, das können Aufgaben der Gesellschaftskommunikation sein, Flüchtlingsproblematiken, aber es können auch klassische Produktaufgaben sein. Und darüber hinaus entwickeln wir beispielsweise oder spielen mit den Studierenden so etwas wie Stuttgart 21 nach, also ein sogenanntes Wargame, ein Planspiel, ein strategisches Planspiel für raumbedeutsame Infrastrukturprojekte. Auch das ist eine Möglichkeit, um ein gewandeltes, erweitertes Verständnis von strategischer Kommunikation und Auftragskommunikation zu bekommen. Und die dritte Annahme betrifft das Menschenbild. Die Bewerber glauben, man könne Menschen ganz einfach durch Psychotricks oder durch Marketingtricks manipulieren. In unseren Forschungen stellen wir beispielsweise fest und berufen uns da auch auf neuere Theorien, dass die Rezipienten erheblich gewiefter sind im Umgang mit Kommunikation und dass das so einfach, wie man sich das vorher vielleicht vorgestellt hat, nicht möglich ist. Also ein größerer Stellenwert auf den Menschen, ihren Befindlichkeiten, auch ihrem strategischen Potenzial spielt im Studiengang im Gegensatz zu anderen Studiengängen eine sehr, sehr große Rolle. Ja, welche Anforderungen müssen nun Bewerber für das Studium der Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation mitbringen? Es gibt eine Killerfrage, die wir immer in den Aufnahmegesprächen stellen und auf die man sich scheinbar auch gar nicht in den sozialen Netzwerken vorbereiten kann. Das ist die Frage, lesen Sie? Also lesen die Rezeption von Texten, nicht nur von Fachtexten, von Belletristik überhaupt, ist eine der zentralen Möglichkeiten zum Wissenserwerb. Insofern ist das für das Studium der Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation ein ganz wesentlicher Aspekt lesen. Ich halte das ansonsten aber auch, wie der Architekt und Allround-gelehrte Buckminster Fuller, der plädierte für eine umfassende Fähigkeit oder einen umfassenden Kompetenzerwerb, also die Lust, sich mit Neuem zu beschäftigen. Er machte das fest an der Figur der Freibeuter oder Piraten, die diese Figur oder diese Rolle wohl am intensivsten eingenommen haben. Dazu gehört auch die forscherische Fähigkeit, sich mit Neuem auseinanderzusetzen, auch vielleicht die Bereitschaft zu haben, gelegentlich auch mal in Dingen zu scheitern. Also das, was man in den modernen Unternehmenskulturen mittlerweile finden kann, aber wo alle immer noch Nachholbedarf haben. Das Forschen, das Experimentieren ist ein ganz wichtiger Aspekt des Studiengangs, eine wichtige Anforderung. Und abschließend kann man sagen, zwei Fähigkeiten in einer zusammengefasst, die kennen einige von Ihnen vielleicht nur aus der Sesamstraße. Da gibt es zwei Prinzipien. Das eine Prinzip heißt, wer nicht fragt, bleibt dumm. Und das andere Prinzip heißt, eins von diesen Dingen gehört nicht zu den anderen. Das heißt, Unterscheidungsfähigkeit zu entwickeln. Und das macht Absolventen des Studiengangs zukunftsfähig. Das sind eigentlich die zentralen Fähigkeiten, Kompetenzen, die man mitbringen muss. Vielen Dank.